Wir machen das immer nach dem Dach. Schön. Alle 7 Minuten kommen rein. Was ist das Schwede? Es kommt wieder eins. Kannst du sehen? Das ist einfach nicht mehr zu toppen. Nee. Nee. Gar nicht. Also ich erwähne noch mal das Internet. Da hätte man es ein bisschen verdoppeln können. Wir stehen hier in der ersten Reihe. Oh, ist das geil. Und ich habe mal die Kamera anhalten. Solange das dauert immer. Ey, du warte. Da sind welche vom Hollyhof da drüben. Die machen das immer an. Was machen wir in die Holländergänge? An den Holländerhofgängen? Oh, schön. Das ist das erste Mal, dass es so viel Dunkelheit ist. Ich bin ein Lichtbild zu sehen. Einmalig. Das ist ein Traum. So viel Dunkelheit. Aber ich muss... Ey, ich fühle die Kamera jetzt. Füllen wir mal den Mond. Das ist so... Das ist so geil. Ich glaube ich, dir wurde an mit der Rakete kümmert. Uah. Ich stimmere Rakete. Das ist so geil. Das ist so geil. Hup, 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 hup!